Hallo zusammen, ich bin Louis. Ich arbeite bei der Gemeinschaft Rütti als Netzelektriker. Ich mache auch richtige Energie. Ich zeige euch heute mal, was ich alles am Tag mache. Kommen wir doch mal mit. Der Beruf Netzelektriker ist sehr abwechslungsreich und spannend. Man geht einen Tag in der Woche in die Schule und besucht zehn Wochen während der Lehrzeit die überbetrieblichen Kurse, in denen man die praktischen Grundlagen lernt. Das Arbeiten mit Elektrizität ist sehr gefährlich, darum ist das Thema Sicherheit in unserem Alltag sehr wichtig. Für das haben wir eine persönliche Schutzausrüstung, die man auch tragen muss. Man arbeitet mit verschiedensten Maschinen, Geräten und Materialen und es ist in jedem Wetter draussen. Man muss körperlich fit sein und handwerklich geschickt sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, den kurzen Einblick in den Beruf Netzelektriker. Bewert dich doch, ich gehe auf der Homepage schauen. Tschau zusammen, schönen Feierabend.